Servus miteinander, da ist der Glockengießer. Hab ihr die Weile nicht mehr von mir hören lassen? Heute gibt es was Neues. Und zwar habe ich ja gesagt gehabt, dass ich Virginpreisartikel in Form von Trinkgläsern anfertigen lasse. Und da sind jetzt welche kommen. Ich zeige euch einmal. Da haben wir einen Willi-Becher für dunkles, helles, Späze, Limonad, Mineralwasser und der Kassiker natürlich, ein Weißbierglas, weil die Weißbier bevorzugen. Ich kann euch jetzt holen. Geht auf die Firmenseite von www.tassenfuzzi.de. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Da kennt ihr euch. Tassen, Krüge aus Glas und Steingutkarten. Wer lieber Kaffee trinkt oder Kakao oder einen Tee, der kriegt sie auch in einer Tasse. Viel Spaß mit meinen Merchandiseartikeln, mit meinen Trinkgläser. alah und bis zum nächsten Mal. Servus Lab!